Seit 2009 mache ich für die Stiftung eine Website, die heißt damals Netz gegen Nazis. Heute heißt sie Belltower News, Netz für digitale Zivilgesellschaft, wo wir tatsächlich ein journalistisches, tagesaktuelles Portal machen zu den Themen Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Rassismus, Antisemitismus und anderen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, aber natürlich auch Hilfe für Initiativen, für Leute, die sich dagegen engagieren wollen und versuchen, da eine gute Mischung hinzubekommen, die für alle interessant ist. Ich hoffe, ich kann ähnlich gut plausibel machen, worum es uns geht, da wir auch ein bisschen diejenigen sind, die auch auf die Seite gucken, wo es nicht so schön ist, weil wir der Meinung sind, dass es sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen, was dort passiert, damit wir als digitale Zivilgesellschaft gute Gegenstrategien dazu entwickeln können. Sexismus ist dabei immer ein Thema, es ist ein grundlegender Teil aller Konzepte digitaler Gewalt und auch das wurde durchaus schriftlich festgehalten, beispielsweise in einem Schreiben, was eben auch bei Reconquista Germanica, einem rechtsextremen Discord-Server geteilt wurde. Da ist von Frauen tatsächlich öfter die Rede, sie sind in der Regel als Opfer auserwählt an dieser Stelle. So wird dort zum Beispiel empfohlen, dass Leute, die man angreifen soll, beispielsweise bekannte Feministen und Feministinnen, oder in dem Fall besonders bekannte Feministinnen sein sollen, die man sozusagen besonders reizen und trollen soll. Also tatsächlich gehört Antifeminismus und Sexismus so zu einem der Grundpfeiler, sage ich mal, jeder Art von aggressiver Kommunikation, nicht nur im rechtsextremen Bereich, sondern auch in vielen anderen, sage ich mal, moderne feindlichen Ideologien oder Vorstellungen irgendwie. Und auch da wird zum Beispiel gleich mit sehr großer Aggressivität in der Regel agiert. Die übliche Reaktion, wenn so etwas passiert, ist tatsächlich immer noch zu sagen, ach, mach dir doch nichts draus, lies es nicht durch, guck es dir doch nicht so genau an, denk dir vielleicht, du bist nicht selber persönlich gemeint. Aber das ist sehr schwierig, wenn man mit so einem sehr großen Aufkommen von Hass konfrontiert ist. Dann haben wir es tatsächlich damit zu tun, dass dann die Menschenrechte von Menschen, die auf diese Art und Weise angegriffen werden, natürlich massiv eingeschränkt werden und eine Aufgabe für uns alle besteht, sich damit auseinanderzusetzen. Zumal, wenn wir wissen, dass es natürlich gerade in den antifeministischen Kreisen durchaus auch Täter gibt, die diese Sache nicht nur im virtuellen Raum belassen, sondern tatsächlich auch es zu Gewalt kommen lassen. Frage 8 Untertitelung des ZDF, 2020